Rückfälle und Schwankungen sind nach meiner Erfahrung bei Tinnitus, Dysakusis und Hyperakusis normal. Wie sich das bei mir verhalten hat und auch immer noch verhält, darum geht es in diesem Video. Zunächst mal, was ist der Unterschied zwischen Rückfällen und Schwankungen? Ich würde das grob erstmal so definieren, dass das, was ich zu Beginn meiner Odyssee hatte, Rückfälle waren. Rückfälle sind richtig hart, das heißt, da geht es so richtig wieder ab, von einem Tag auf den anderen oder von einem Moment auf den anderen. Da cool zu bleiben, ist nicht einfach. Das hat bei mir ein gutes Jahr gedauert. Im Laufe der Zeit hat sich das geändert. Das, was dann so nach einem guten Jahr oder zwei Jahren bei mir passierte und auch heute noch, das nenne ich Schwankungen. Bei Rückfällen würde ich behaupten, dass ich immer nachvollziehen kann, was da der genaue Auslöser war. Bei Schwankungen kann ich das nicht und deswegen würde ich sagen, da gibt es nicht unbedingt einen Auslöser. Das passiert einfach. Über meinen ersten großen Rückfall mit meinem Tinnitus habe ich ja schon ein Video gemacht. Da war ziemlich eindeutig, was der Auslöser war. Ich war ja beim Konzert Iron Maiden und das Hauptproblem war im Nachhinein, dass das Ganze in meinen Ohren noch völlig instabil war. Der Tinnitus war zwar schon richtig leiser geworden nach vier Monaten, aber das hatte noch keine Stabilität und das habe ich tatsächlich unterschätzt. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich damit auch noch nichts zu tun. Also das war wirklich der erste Rückfall. Aber anschließend begann das, was ich als Achterbahnfahrt bezeichnen würde, bei der ich lange brauchte, dabei entspannt zu bleiben. Das war letztendlich nur möglich, weil ich irgendwann realisiert habe, dass es immer wieder leiser wurde. Auch wenn es manchmal Wochen gedauert hat. Die Angst nach so einem Rückfall, dass es jetzt so laut bleibt oder vielleicht sogar noch lauter wird, war sehr ausgeprägt, um es mal gelinde zu sagen. Auslöser dafür waren zum Beispiel immer, wenn ich dann doch mal einen Auftritt gemacht habe, um zu checken, wie es mit meinen Ohren funktioniert. Dann war es über einen Zeitraum von, sagen wir mal, doch ein Jahr immer hinterher wieder lauter. Aber die Regenerationsphasen wurden immer kürzer. Also wenn es beim ersten Auftritt noch, sagen wir mal, zwei, drei Wochen gedauert hat, bis es langsam wieder leiser wurde, waren es irgendwann noch eine Woche, zehn Tage, eine Woche. Irgendwann waren es dann noch ein paar Tage. Beim Tinnitus habe ich dann mit einem MP3-Player immer versucht herauszufinden, ob er schon wieder leiser geworden ist. Ich habe also von Zeit zu Zeit dasselbe Lied über Kopfhörer gehört und habe immer geguckt, wie laut muss ich den jetzt machen, bis der Tinnitus nicht mehr zu hören ist. Das hat leider bei mir nicht so richtig funktioniert, weil ich ja nicht so einen einzelnen Ton hatte, sondern ich hatte ja mehrere Töne und so ein, irgendwann ja auch dieses Rauschen und so ein Gemisch, was so raumfüllend war, habe ich eigentlich immer gehört. Also das war nicht so von Erfolg geprägt. Das sind ja auch ganz schleichende Prozesse, also das Leiserwerden vom Tinnitus oder auch von der Disarkosis, da komme ich gleich noch dazu. Das ging ja über Wochen bis Monate. Der Rückfall ging dann innerhalb von einer Stunde oder vielleicht sogar Minuten. So Leute, jetzt kommt meine Katze. Lasst euch mal nicht zu sehr ablenken davon. Der erste große Rückfall, den ich mit meiner Disarkosis hatte, passierte, als ich auf dem Weg zu einer Probe war und am Bahnsteig auf die U-Bahn wartete. Mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, was für eine Auswirkung diese ganzen Geräusche haben. Also ich hatte da noch keine Ohrstöpsel drin und dann fuhr die ein und ließ ihren Dampf ab oder was da immer passiert. Ich sage immer, die lassen den Dampf ab. Also das kennt ja jeder, dieses Geräusch. Als wir angefangen haben zu spielen, dachte ich, Alter, wie klingt das denn? Das ist auch so ein Moment, wo mir klar wurde, wie gut das eigentlich schon geworden war. Das war echt schon viel besser geworden. Und dann war das auf einmal wieder absolut im Tilt. Also da bin ich mir ziemlich sicher, das waren die paar Sekunden, wo dieser Dampf abgelassen wurde, der einen Prozess von mehreren Monaten wieder zunichte gemacht hat. Schwankungen bei der Disarkosis, die habe ich ja bis heute noch. Das sind kleinere Ausschläge. Da gibt es keinen konkreten Anlass, den ich da erkennen könnte. Das merke ich mittlerweile in erster Linie, wenn ich Fernsehen schaue. Auf einmal klingen die Stimmen dann doch wieder ein bisschen crisper oder ein bisschen schärfer. Das dauert dann vielleicht eine Woche. Beim Tinnitus ist das vergleichbar, wobei ich es da eher merke. Aber das sind auch nach wie vor Schwankungen. Ich habe ja dieses Rauschen. Das wandert nach wie vor so im Kopf. Das ist manchmal dann ein bisschen schärfer, dann wird es wieder weicher. Alle paar Monate höre ich mal wieder einen Ton. Und meine Polizeisirene, die ich als Nebenwirkung der intratympanalen Corticoid-Therapie bekommen habe. Da kann ich mit Sicherheit sagen, dass es die gleichen Töne sind, die Sirentöne, wie ich sie vorher hatte. Bei den anderen Tönen bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das ist für mich ein Hinweis, dass die eigentlich gar nicht wirklich weg sind. Kann man ja natürlich wieder sagen, jetzt nimmst du sie halt nicht mehr wahr. Ja, da tue ich mich ein bisschen schwer mit diesen reinen Wahrnehmungsstörungen. Aber es ist tatsächlich so, die sind noch da. Und ab und zu kriechen sie so ein bisschen vor. Das dauert dann so ein paar Tage und dann sind die wieder weg. Bei der Hyperakusis ist es ein bisschen anders als bei Dysakusis und Tinnitus. Die Hyperakusis ist meiner Meinung nach ja komplett weg. Wenn es da zur Hochzeit Rückfälle gab, hatte das eigentlich meistens auch mit medizinischen Vorgängen zu tun. Also zum Beispiel, als ich die Lasertherapie begonnen habe, wurde das ja richtig angeregt wieder. Und da wurde die Hyperakusis am extremsten. Wenn ich also jetzt so resümiere, jetzt sind es ja bald sieben Jahre, dann würde ich sagen, Rückfälle habe ich schon länger nicht mehr. Rückfälle hatte ich in den ersten zwei Jahren. Und die hatten größere Amplituden. Dann wurde es von relativ leise auf einmal wieder richtig laut oder richtig scharf. Schwankungen dagegen, die habe ich immer noch. Und da gehe ich mal davon aus, dass das wahrscheinlich auch bleibt. Oder es ist eine sehr langwierige Geschichte, bis die auch komplett verschwinden. An dieser Stelle natürlich der Hinweis, dass das hier kein medizinischer Ratgeber ist. Ich teile mit euch lediglich meine Erfahrungen und meine Gedanken dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf den Abonnier-Button. Dann bleibt ihr auf dem Laufenden. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.